Hallo, willkommen zurück zu Pandas. Heute mit nochmal natürlich Datum und Uhrzeit und zwar mit diesem wunderschönen Schema hier. Wir haben jetzt ein echtes DataFrame, was ich hier vorbereitet habe, nicht mehr wie hier oben, da war es ja eigentlich nur eine Series, wenn man mal genau ist. Und dieses DataFrame, das sieht folgendermaßen aus. Es ist riesig, es hat 100.000 Einträge, zufälliger Art, das ist klar. Aber vor allem haben wir hier die Daten vorne dran als Index gewählt. Und das bedeutet, wir haben hier tatsächlich gesagt, okay, ich möchte jetzt bitte eine Spalte haben, die nicht irgendwie als Spalte verzeichnet ist, sondern den Datumszeitpunkt, von mir aus den Zeitpunkt der Erstellung als Index. Warum sollte man sowas Verrücktes tun? Nun ganz einfach, nehmen wir einfach mal an, ihr habt ein Nutzerverhalten, okay? Ihr habt von mir aus Logs oder sowas, ihr habt einen Nutzer und dieser Nutzer tut irgendwas zu einer gewissen Zeit. Und vielleicht wollt ihr dem seine Aktivitäten irgendwie festhalten. Das heißt, ihr sagt im 5-Minuten-Rhythmus, wie ist sein Zustand? Also zum Beispiel, wie ist seine, keine Ahnung, seine KDA in einem Online-Spiel? Alle 5 Minuten oder alle Minute oder alle paar Sekunden. Und ihr wollt darauf irgendwie Statistik berechnen oder sowas, dann macht es durchaus Sinn, da wirklich nur eine einfache Series im Endeffekt zu haben, wie bei diesem DataFrame hier. Wir haben hier wirklich nur eine Spalte. Es verhält sich ja quasi wie eine Series. Und hier zu sagen, als Index hätte ich ganz gerne dieses wunderbare. Denn dann macht einen quasi der Index nicht verrückt hier. Also im Endeffekt, wir hätten von mir aus Player 1, dann haben wir hier Player 2 und so weiter und so fort. Dann machen wir hier eben 100.002 rein. Und dadurch haben wir natürlich relativ direkt die Spielertabellen hier eigentlich auch. Also mit den Aktionen oder sowas, was die gemacht haben. Und natürlich ist das viel, viel übersichtlicher, als wenn wir das wirklich hier als, ja, als extra Spalte noch hier einfügen müssen. So haben wir wirklich nur die Spieler und können hier sagen, hey, wir nutzen die vielleicht einfach als IDs. Also Spieler 1, Spieler 2, sowas in die Richtung. Dann müssen wir hier nicht mehr uns irgendwie merken, okay, Achtung, Achtung, Spalte 0, die darf ich nicht anfassen. So, jetzt haben wir aber natürlich ein Problem. Wenn wir das wirklich so machen, also so intelligent, wie wir das jetzt hier haben, wie indexieren wir dann unsere Tabelle? Also wie machen wir das? Weil eventuell möchten wir ja nicht unbedingt auf einen gewissen Zeitpunkt kommen. Wir wollen ja vielleicht Statistiken über mehrere Zeiträume darstellen. Und hier kommt Pandas wirklich extrem, also ihr kommt mit Pandas auf eure Kosten. Es ist nämlich mega geil. Und zwar, ich übertreibe hier wirklich nicht. Und zwar sehen wir mal hier ganz kurz von wo bis wo das Ganze gilt. Also wir haben als ersten Eintrag, nur damit wir uns mal orientieren können, 2021 am 13.12. Und wir enden beim 25.11.2022. So, wie wäre es denn, wenn wir jetzt einfach sagen, okay, wir fangen 2022 im Januar an. 2022 minus 0, ups, minus 0, 1, 0, 1. Am 1. Januar fangen wir an. Und wir hören auf, Doppelpunkt, am 31. Januar 2022 am 01, 31. Also am 31. Januar 2022. So, was wir jetzt hier bekommen, das könnte vielleicht verrückt klingen, aber wir bekommen wirklich alle Zeitpunkte, die in diesem Spektrum liegen. Wir bekommen den 01.01.2022 bis hin zum 31.01.2022 um 23.55. Wie gesagt, wir haben hier die Frequenz von 5 Minuten. Das heißt natürlich, Mitternacht ist nicht mehr dabei, was ja eigentlich auch genau in unserem Interesse ist. Und damit haben wir eigentlich perfekt das Ganze zusammengeschnipfelt. Einfacher geht es wirklich nicht mehr. Das heißt, wir können hier natürlich über Date und Time das Ganze indexieren. So, selbstverständlich können wir hier auch auf Uhrzeiten genau gehen. Das heißt, wenn wir von mir aus noch den letzten Zeitraum auch noch mit einrechnen wollen, weil es zum Beispiel zu einer Competition dazugehört und Abgabedatum ist um 0 Uhr 00, dann sagen wir hier von mir aus minus 0, 2, 0, 1 um, Achtung, jetzt hier nicht irgendwie bis Ende gehen, 0 Uhr 00 und 0 Sekunden. Dann haben wir alle Daten oder halt alle Zeiträume damit inbegriffen sozusagen, beziehungsweise eigentlich müssten wir hier sogar noch 0, 1 machen, damit wir quasi 1 weiter sind und den noch mit drin haben. Wenn wir hier nur bis 0, 0 gehen, dann schmeißen wir den ja auch wieder raus, Achtung, dann... Ah ne, dann ist er auch dabei, stimmt natürlich, klar. Genau, und so können wir das eigentlich relativ genau darstellen, von wo bis wo wir eigentlich hingehen wollen. Das Kranke ist, ihr könnt hier sogar tatsächlich mit der Zeitverschiebung arbeiten. Das heißt, wir haben jetzt hier ja UTC-Timestamp genommen, also quasi 0 Verschiebung. Verschiebung in Deutschland haben wir, ja, jetzt bin ich aufgeschmissen, ich weiß nicht, wie viel Verschiebung wir in Deutschland haben, aber ich glaube, wir haben zwei Stunden oder so aus Verschiebung. Und das kann man hier hinten dran angeben mit plus 0, 2, ups, 0, 2, Doppelpunkt, 0, 0. Ich glaube, im Sommer sind es zwei Stunden, im Winter ist es eine Stunde. Und wir können jetzt hier sagen, okay, wir sind hier einmal verschoben um zwei Stunden, falls ihr zum Beispiel mehrere Kontinente auf einmal bedienen wollt oder mehrere Zeitzonen auf einmal bedienen wollt. Allerdings führt das erstmal zu einem Fehler. Wir müssen hier oben noch sagen, hey, wir haben Timezones, passt bitte auf die Timezones auf. Und Timezones sind auch als String sozusagen. Und hier ist es ein bisschen schwierig. Wir nehmen jetzt hier einfach mal die CEST, die Central European Summer Time. Okay, da sehen wir dann, da sehen wir dann, genau, hier, genau, dass wir diesen Timezone Specifier nicht haben. Das Problem ist, dass, ja, diese Timezone Identifiers sind ein bisschen seltsam. Also wenn ihr die gewohnt seid, die sind nicht immer in Verwendung. Das war das, was ich euch hiermit zeigen wollte. Ihr könnt mal nachgucken, indem ihr hier ImportPiTZ macht. Das sollte automatisch installiert worden sein. Wenn ihr Pandas installiert, braucht ihr das nämlich. Ihr seht hier, das wird direkt auch von Pandas mitbenutzt. Und über PyTZ, das ist quasi Python Timezone, da findet ihr dann auch eigentlich einigermaßen die Sachen. Lass mich hier kurz nachgucken, wo das steht. Genau, hier haben wir zum Beispiel sowas, also Country Timezone Dictionary. Das ist einfach nur eine riesige, riesige Sammlung von Dictionaries. Und hier oben steht auch, wie man das Ding benutzen würde. Also Printlist of Country Timezones und Dictionary. Weil ich natürlich nicht weiß, in welchem Land ihr seid. Deswegen machen wir das jetzt hier mal ganz kurz. Und zwar bevor das hier passiert. Wir machen hier vorne ein Exit. Und dann haben wir den Teil hier. Und hier machen wir tatsächlich PyTZ. Printlist. Country Timezone. Okay, so, schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja, Printlist existiert nicht. Ich weiß nicht, warum die das so komisch da reingeschrieben haben in diese Hilfe. Warum nimmt die nicht einfach Print? Das könnte man doch auch einfach benutzen. Ich glaube, sie meinen das Printlist aus der Bibliothek. Aber das benutzt doch keine Sau. Okay, also auf jeden Fall, wir haben die Zeitzonen Europe Berlin oder Europe Busingen in Deutschland. Fragt mich nicht, warum. Wir nehmen jetzt Europe Berlin, okay. Und das ist quasi unsere Timezone hier. Wenn ihr ein anderes Land haben wollt, also zum Beispiel Schweiz, CH. Ja, und ihr seid ja auch deutschsprachig. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, Zürich zu wählen. Wenn ihr Österreich haben wollt. Ja, jetzt ist die Frage. Genau, also im Endeffekt einfach hier nachgucken. Steuerung und draufklicken. Dann landet ihr relativ direkt hier, wo ihr eigentlich nachgucken könnt, was das für Dinger sind. Nur ganz kurz, wenn ihr nicht wisst, was euer Country Code ist. Ihr könnt die nachgucken, die sind ISO standardisiert. Das heißt, ihr könnt tatsächlich nach ISO 3166 Google. Und dann findet ihr hier eine riesige Liste von Country Codes. Also in dem Fall, weil ich Österreich nicht kenne, müsste ich wahrscheinlich nach Ö gucken. Oder wir suchen einfach Steuerung F Österreich. Oh ja, Österreich. Österreich. So, hier sehen wir es AT. Oh, wer hätte es gedacht, AT ist für Österreich. Also, tja, hat man vermuten können. Aber genau, wenn ihr euer Country hier oder euer Land hier findet, dann habt ihr, was ihr braucht. So, Österreich hätte also dementsprechend als Country Code AT. Und dann schauen wir hier mal nach. Ah, Österreich hat die Zeitzone Vienna. Wow. Ja, also so funktioniert das Ganze mit den Timezones. Wenn ihr es nicht wisst, ihr müsst ein bisschen googeln, ein bisschen recherchieren. Und es gibt an der Stelle leider keine vollständige Liste. Wahrscheinlich gibt es eine Bibliothek, die das kann. Ihr dürft sie mir gerne unten drunter in das Kommentar schreiben, wenn ich dazu ein Video machen soll. Und mir dann am besten gleich mitschreiben. Wie, ansonsten müsste ich dafür vielleicht eine API anfragen oder sowas. Okay, so, also wir sehen, die Timezone wird erkannt. Aber wir haben immer noch das Problem, wir können hiermit nicht richtig slicen. So, woran liegt das hier? Nun, das liegt ganz einfach daran, dass ich hier die Uhrzeit vergessen habe. 0 Uhr, 0 Uhr und 0 Sekunden. Und jetzt machen wir das Ganze mal Start. Und wir sehen, es ist gesliced worden. Und wir sehen hier auch, ah, eigentlich wird das Format ein bisschen anders gespeichert. Nämlich nur plus 1 wird gespeichert. Das heißt, ihr slicet das Ganze nach der Timezone Berlin, aber gespeichert, äh, nach der, also ja genau, nach der Timezone Berlin wird gespeichert. Das heißt, die ist plus 1 in diesem Fall. Aber, ähm, ihr könnt ja auch slicen nach 2 Stunden Zeitverzögerung, damit die wirklich alle gleich sind und synchron gehalten werden können. Ähm, ja, das wäre die eine Möglichkeit. Ähm, wenn ihr nicht wisst, welche Zeitverschiebung wir haben, dann kann ich euch auch nicht helfen. Ich weiß es nämlich auch manchmal nicht. Aber, ja, Zeitverschiebung ist eine komische Sache. Also, der nächste Schritt wäre ja jetzt hier zu sagen, okay, ich möchte auf ein Element zugreifen, auf ein Element meiner Zeile, also auf eine Zeile in meinem, in meinem Index oder in meinem DataFrame. Und das kann ich natürlich auch machen. Achtung, hier Punkt Log schreiben, weil wir auf Zeilen zugreifen wollen. Slicing ist immer von Zeilen, aber wenn wir direkt drauf zugreifen, würden wir sonst die Spalte bekommen. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen hier auf die Zeile zugreifen. So, und das Coole ist, ähm, wenn wir jetzt hier einfach sagen, ich möchte von 2022 haben, passiert das hier. Ihr bekommt direkt das DataFrame für 2022. Also, für alles in 2022. Achtung, Zeitverschiebung. Ähm, wir haben hier die Timezone Berlin eingestellt, also müssen wir auch mit der Timezone Berlin rechnen. Wir kriegen hier das Ganze von der UTC Timestamp. Ähm, wenn wir hier hergehen und plus, ups, plus 0,1, Doppelpunkt 0,0 schreiben, dann passiert das hier. Dann bekommen wir nämlich einen Keyer, was ein bisschen ungut ist. Aber ja, deswegen arbeite ich eigentlich sehr, sehr ungern mit Timezone. Aber genau, ähm, also im Endeffekt würde man das hier hinkriegen, indem man einfach nur 2022 angibt, sagt man, hey, ich hätte gerne alles von 2022 reingesliced. Ähm, und wir sehen jetzt, hier tatsächlich hat es funktioniert. Das ist weird, gerade eben hat es noch nicht funktioniert. Egal, ähm, auf jeden Fall, wenn wir ein einzelnes Element auswählen wollen, wie machen wir das? Nun, dann müssen wir relativ exakt werden. Also, das heißt, wenn wir 5 Minuten Zyklus haben, eine Frequenz von 5 Minuten, dann können wir hierher gehen und minus 0,1, 0,1 machen, dann kriegen wir alle von dem ersten Tag. Also, vom 1.1.2022. Tja, immer noch mehr als ein Element. Okay, müssen wir weitergehen, und zwar 0,0, Doppelpunkt, 0,0, Doppelpunkt, 0,0. So, was wir jetzt bekommen, ist das hier. Zwei Elemente, aber in einer Series. Und was ist das jetzt? Naja, das hat jetzt tatsächlich hier funktioniert. Denn, wenn wir hier drauf zugegriffen haben, ähm, also, sagen wir mal hier, das hier und das hier sind meine Einträge gewesen, dann gucken wir hier mal rein. 1,2 sind vorher unsere Spalten gewesen. Und das waren die Einträge. Also, 1,38 und minus 0,73. Äh, das war nicht das, was ich hier hatte. Das ist wieder mal 23 Uhr. Ihr seht, das ist nicht ganz einheitlich. Also, mit Timezons schwierig. Ähm, ja. Dann gehen wir nochmal hier, plus 0,1, Doppelpunkt, 0,0. Sorry dafür, ähm, das ist ein bisschen seltsam. So, jetzt aber. Okay, also, wir fangen an bei... Okay, also, wir schmeißen jetzt die Timezons wieder hier raus. Ich hab keine Lust mehr auf den Kram. Ähm, Timezons sind seltsam. Timezons mag niemand. Ungefähr. So. Jetzt aber. Okay, also, wir haben hier die 0,73 in unserer 1 drinstehen. Die 1,78 in unserer 2 drinstehen. Und das sind genau die Werte, die wir jetzt hier unten haben. Das heißt, wir haben exakt auf diesen Wert hier zugegriffen. Wir haben ja auch exakt eingegeben, was das ist. Müssen wir das wirklich? Oder können wir vielleicht einfach irgendeine Zeit angeben? Also, nehmen wir einfach mal an, wir haben Werte generiert für die Zukunft. Oder wir haben von mir aus Logs aus der Vergangenheit generiert. Und wir wollen da irgendwelche Statistik drauf machen auf genau einem Tag. Wir wollen einen Tag auslesen. Wir wollen eine Minute auslesen. Ähm, und da können wir natürlich dann noch hergehen und sagen, ey, was ist denn anstelle eine Minute? Achtet darauf, wir hatten die Frequenz 5 Minuten ausgewählt. Und das geht natürlich dann halt nicht. Ähm, das ist halt das Problem. Da müssten wir jetzt hier auf die Frequenz von einer Minute reingehen. Ist leider, ist leider nicht so ganz so gut. Aber wir könnten immer noch hergehen und sagen, okay, was ist denn bei Minute 0,0? Was ist bei Minute 5? Ähm, und da können wir dann einfach sagen, okay, ähm, wir holen uns den Wert an Minute 5. Wir holen uns den Wert an Minute 1. Wir müssen dann halt von Hand irgendwie das Ganze richtig runden und da rein quetschen. Tja, und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, einfach Sachen abzuschneiden. Das wäre der letzte Punkt, den ich euch heute zeigen möchte. Der ist nämlich auch gar nicht mal so unpraktisch und zwar bei Truncate. Truncate heißt beschnüpfeln und wir sagen, was quasi vorne dran, was nachher dran ist. Im Endeffekt ist es dasselbe, wie wenn wir das Ganze slicen. Aber es kann hilfreich sein, ähm, wir sagen before, also alles, was quasi nach oben rausfliegt, das wäre dann 20, äh, 22 Doppelpunkt. Wobei, sagen wir einfach 20, 21. Ähm, und after. Ist gleich, ähm, 20, 22, 0, 2. So, das wäre quasi der Februar. So, und wir bekommen hier dann natürlich, wenn wir das ausgeben, ähm, alles im Januar. Achtet aber darauf, auch hier wieder, ähm, wir slicen das Ganze und sagen hier, Ja, ähm, ich habe 2021 gesagt. Wir schmeißen alles, was vor 2021 ist, raus. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Wir wollen alles vor 2022 rausschmeißen. Genau, das hier wollen wir alles rausschmeißen. Was vorne dran liegt und was hinten dran liegt, äh, nach, also ab Februar schmeißen wir auch raus. Achtet darauf, dass der erste, also dass die erste Timestamp hier noch dabei ist. Ähm, das heißt, wir akzeptieren das, was exakt hier drauf trifft, noch mit rein. Aber das, was danach ist, nicht mehr. Also, eine Sekunde danach wäre rausgeschmissen worden. Okay, ähm, ja, ich glaube, damit sind wir einigermaßen gut dabei. Wir können jetzt relativ gut zusammen slicen. Wie gesagt, das hier hättet ihr auch mit Slicing machen können. Funktioniert genau gleich. Und, ja, nächstes Mal geht's weiter. Bis dann. Ciao.